Und Lavi, dann geht der Film noch. Ja, 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 ja. Kau! Mein Leben ist am Ende. Eigentlich. Hallo! Hallo! Stopp! Hallihallo meine Lieben. Schiit! Jetzt sind wir syramesische Zimmer. Okay, es geht los. Hallo! Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit dem zweiten heute. Ich weiß leider nicht, was hat los, aber wir lachen ein bisschen viel. Aber wir hatten heute eine tolle Idee, bzw. ich hatte eine super Idee, dass ich heute so tue, als hätte ich einen Boyfriend, als hätte ich einen Freund. Und deshalb lohnt sich zum Beispiel Lucia oder Chayenne. Da machen wir so coole Bilder, faken das so, dass das mein Freund ist. und dann posten das in meiner Instagram Story, und dann gucken wir, ob meine Follower das checken oder nicht. Und wir haben gerade eben eine Rose gegeben. Wo ist die? So das hier. Oder einfach eine Rose. Wie viel kostet das denn hier? Das ist hübsch. Eigentlich wäre das eine Rose bei. Hier, 15 Euro. 15 Euro! Von der Tagstelle! Die kostet 5 Euro. Sieht ja aus wie ich komme beim Bachelor. Ich habe eine Rose bekommen. Warte, komm. Möchtest du diese Rose annehmen? Nein! Und die riecht toll. Das ist mal eine Rose. Und wir müssen jetzt gleich mal gucken, wie wir das machen. Also wir wollten später vielleicht auch Kuchen backen. Wir können so ein Picknick Day faken. Wir müssen den Papa so liegen setzen mit der Hand zu. Mein Papa! Das ist so groß. Aber scheinbar ist es halt so klein. Ich meine, das ist echt richtig klein. Wie der eine Mickey Mouse. Mickey Mouse auf der großen Hände. Wir können die so konturieren mit so Contouring Zeug. Als wäre das so Adam. Habt ihr es noch nie gesehen auf TikTok? Doch, ich habe es schon mal gesehen. Hä? Was? Ihr seid alle so Pros da drin und ich nicht. Ich packe jetzt hier gleich die Rose aus. Ich habe so eine Tonne Karte dazu. Also ich habe ja nur eine Karte mit Kätzchen drauf gefunden. Ja, Cheyenne zeigt uns das jetzt. Wir machen jetzt die Vorbereitungen. Mein Freund heißt Henry. Nein! Das klingt wie so ein Schlagersänger. Henry! Sie haben das so konturiert. Okay, wir müssen die Hand konturieren. Äh, Lucia. Pizza. Ich habe auch schon. Cheyenne. Pizza Date. Ja, wir müssen jetzt kurz Sachen vorbereiten. Dann geht's los. Lass mal einen Daumen nach oben da, falls ihr denkt, dass ihr das hinbekommen. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Und ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Jetzt essen wir erst mal Pizza. We are preparing the Rose mit der Karte. Mein Laptop stirbt. Warte, wenn das jetzt runterfällt, dann bin ich schon. Alles kaputt. Ich nehme jetzt hier so ein Stift und dann schreibe ich da so meinen Namen drauf. Mit Braun. Oh, ist man eben nicht jungen Haft geworden. Das sieht ja richtig behindert aus. Und dann kennt doch deine Schrift, Mavi. Wie cool. Das ist nicht meine Schrift. Aber noch ein Herz. Darf ich ein Herz malen, bitte? Ja. Aber mit einem roten. Es kommt zu auffällig. Die ist so süß, die Rose. Die ist echt voll süß von der Tankstelle. Das ist ein richtiges jungen Herz. Ich bin gut da drin. Du musst es mit Blitzlicht fotografieren. Das sieht echt da aus. Also, weißt du, so. Stell dich halt vor mir. Okay, wir fotografieren das mit Blitzlicht. Wir kriegen das hin. Ja, das sieht dann besser aus. Cheyenne klaut meine Rose. Wollt ihr mal das so coole Bild sehen? Ja, schau jetzt. Oder wie nennen wir den? Ich habe ein Bild. Ich mag dich auch so ein Bild. Okay, los geht's. Ich habe übrigens noch Pantoffeln an. Egal. Oh Gott, Max Schuhe sind mir viel zu groß. Ich kann gar nicht. Ich habe Max Schuhe an. Und ich habe Schuhegrüße 37 und er hat 47. Was ist die Größe 37? Was hast du für Minifüße? Wo ist die Hund hier? Ich würde einfach mal sagen, hier so auf der Straße. Aber hier hast du doch schon oft Bilder gemacht. Nee, aber guck mal, wenn man nur die Rosen sieht, dann sieht man doch nichts. Wir brauchen deinen eigentlich. Das kommt so fake rüber. Nein, das kommt nicht fake rüber. Ach, voll. Also wir machen jetzt hier das Bild. Aber es ist so kalt, Leute. Warte, ich glaube, wir machen jetzt tatsächlich dieses Herz daraus. Ja, die wollen das doch anbitteln. Weil der Fanpage uns auch anbitteln ist. Super. Okay, wir haben jetzt das Bild gemacht. Das ist das Bild. Es spiegelt. Man sieht irgendwie nichts. Es ist richtig dunkel. Möchtest du mein Freund sein? Ja. Okay, also wir haben uns erst mal Apfelstuhl geholt. Ich habe wieder Hunger. Ja. Und ich poste jetzt das Bild. Meine Baseballjacke sieht so aus wie von einem Jungen. Ja. Aber hier hast du schon mal. Hier zieht sich einer an. Also ich habe das jetzt gepostet in meine Story. Da steht noch. Ich bin sehr gespannt, wer darauf antworten würde. Aber es wird auch jemand checkt. Ich denke, die Rose wäre von Lucia. Ja. Der ist cool. Leute antworten da gerade drauf. Von wem? Mit so einem, mit so einem Emoji. So. Von wem? Nein. Glauben die mir das? Soll ich es auch liken? Bitte guck, was Adi getrieben hat. Na wie? So. Vom Huh. Was habe ich verpasst? Ähm. Was schreibe ich denn jetzt? Schreib so. Ähm. Soll ich abschicken? Ja. Für Adi findet das 100%ig raus. Ähm. Hier ist unser Kuchen. Wir backen jetzt ein paar geilen Kuchen. Ja. Und jetzt warfen wir ab, was hier noch so für Reaktionen kommen. Okay, der Kuchen ist ein Backofen. Jetzt muss Stufe 2 kommen, weil alle rasten aus. Stufe 2. Nein. Mami, was gedacht? Nur Information. Heimlicher Verehrer. Also, Cheyenne hat so ein Beutelbild gemacht mit Lucia. Und das kopiere ich jetzt einfach auf. Ja. Das machen wir jetzt einfach. Aha. Okay, Kuchen. Wieso bin ich der Junge? Achso, ich muss ja jetzt hier weg? Ja. Oh. Oh nein, das sieht aber so fake aus. Du weißt ja auch jeder, dass das ist fake. Wir machen dann schwarz-weiß. Nein, aber sie hat doch deinen Pullover an. Sie brauchen andere Pullover. Einfach schwarz-weiß drauf. Ah, okay. Lucia, zieh mal meine Baseballjacke an. Kann ich dir einen Snap? Zieh mal an. Darf ich die Anni schicken? Ja. Den Snap. Zieh mal an. Los Lucia. Ich bin ja so gauschen. Bin ich ja richtig dick. Hä, meine Jacke ist so cool. Ich weiß gar nicht, was ihr macht. Oh mein Gott. Das sieht ja so fake aus. Okay, du musst mal deine Haare hier wegmachen. Nur mal deine Haare, das sieht gruselig aus, Mavi. Machst du die gruselig aus? Ja, besser. Ja, guck mal, so sieht das doch sogar voll echt aus. Das sieht gut aus. Zeig mal in die andere Richtung, wo sie das machen. Achso. Ja, egal. Was sind die? Das ist so schlimm. Plus Post. Aber das ist so gut. Oh nein. Mein Leben ist am Ende. Deine Oma guckt sich das an. Wenn Max das sieht. Das war Max über FaceTime Anruf. Nein, 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 nein. Wir brauchen einen Plan, Cheyenne. Ähm. Jetzt würde ich so eine Story mit Lucia machen. Wo du so sagst, ja Lucia und ich haben jetzt gerade Kuchen gebacken. Ja, und dann laufen wir so draußen rum. Und dann ist sie in so einem anderen Outfit. Du, 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 du läufst mit diesen, mit diesen Likes. Nein, ich mach, ich mach so meine Haare. Ja, wir können die Schuhe von meinem Bruder anziehen. Dann ruf ich die Kapuze und dann zieh ich meine Baseballjacke an. Ja. Und dann ruf ich so. Mein, guck das Pferd ist. Weil man sieht ja nicht, wie groß ich bin. Ja, ja, das ist toll. Ich hab meinen Pulli, weil sonst die... Ja, ich mein, mein Bruder hat hier Pullis. Okay, gut. Wir sind im Schrank von meinem Bruder. Ach du Scheiße, was ist das denn? Wie sieht das die Jacke von meinem Bruder an? Wie sieht das aus? Und ne Cappy oder so. Zieh die an, mach die so rückwärts so. Na, du bist so voll drippy. Wie ist das so ein Assi-Deutscher? So ein... Das ist mein Freund Handling. So. Und dann drinst du jetzt von hinten. Ja. Schau mal, Cheyenne's Freshes. Hintergrund. Das blickt man doch gar nicht durch. Hä, doch. Das bin ich. Aber du willst dir das tragen? Ach so, mach ich es von hinten, ne? Ja. Und jetzt zieh ich noch meine Baseballjacke. Freaky! So. Sieht wirklich aus wie ein New Girl in der Fall, wegen meiner Jeans. Mach sie kaputt sogar mal hoch. Ja, ich sehe... Und unten unten noch eine Basecamp. Nein, man sieht mich da noch mal hinten. Das bringt auch gar nichts. Jutige. Und dann mach ein Bild von deinen Johns und meinen Johns. Und dann stehen wir so. Ja. Also wir haben jetzt einen neuen Plan. Wir machen jetzt mal ein Bild von den Schuhen. Und wir nehmen aber Lucias Hand. Weil Lucias Hand... Du brauchst dann mal ein Handy. Egal, wir nehmen jetzt einfach ein anderes Handy. Spau mal deine Hand an. Das ist schon nicht so cool. Ich hab mein kleines Boyfriend. Das sieht doch gar nicht so feck aus. Das posten wir jetzt einfach. Das finde ich toll. Okay, wir posten das jetzt in meine Story. Das ist so embarrassing. Das ist auch voll unscharf. Das ist voll gut. Haha. Ja, 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 ja. Wir sind... Mavi ist weg und wir übernehmen sie für vier Minuten. Ja. Also... Willkommen zu unserem neuen Video. Heute machen wir eine Modenshow. Okay. Und Lucia fängt an. Ja, das war auch die Modenshow. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniert unseren Kanal. Das darfst du niemals sehen, Mavi. Äh, ja. Okay. Wunderbar. Die Jacke ist ja gigantisch. Cheyenne, kannst du die Kamera übernehmen? Mavi, wie mach ich die hier ab? Sie ist so ein Boxer. Warte mal die Jacke zu. Wie mir das aussieht. Wie soll ihr da unternehmen? Ja. Ja. Komm dann einmal so. Nein, du musst doch um ihre Schulter. Ach so. Brudi. Brudi. Ich hab's nicht. Unsere beiden Arme machen, das sieht richtig real aus. So. Ja, das sieht man nicht ja. Nein. Aber ich versuche das so. So. Ja, das sieht richtig echt aus. Ja, das sieht richtig echt aus. Ja. Filmt die Kamera eigentlich noch? Ja. Oh, man. Super. Was schreib ich denn dabei? Nix. Schreib Couple Goals. Ich bin sehr gespannt, was hier auf TikTok abgehen wird. Wartet, was haben die denn hier noch geschrieben? Oh mein Gott. Die schreiben hier die ganze Zeit, hast du einen Crash? Ja. Oh mein Gott. Okay, wir machen jetzt noch so eine Instagram Story, wo ich sage so, ja, wir gucken jetzt gerade was und dann fragt so der Freund, wir nehmen so eine Stimme von dem Jungen so, wie dann geht der Film? Und ja. Wir rufen gerade Jungs an, ob die eine Spannerisch machen könnten, wo die da so drin sagen, wie dann geht der Film noch oder so. Und ja, die meisten gehen aber nicht ran. Wir müssen uns immer was anderes ausdenken, was kriegen wir schon. Oh. Okay, auf TikTok schreiben schon ganz viele so, das ist bestimmt eine Freundin oder es macht eine Lucia oder ist das Chayenne oder es ist nur sein Bruder. Also manche checken es langsam. Wir müssen jetzt noch eine letzte Sachen machen für die Story und dann muss ich ja mal auflösen, weil das exkaliert hier ein bisschen gerade. Oh mein Gott. Ich bin jetzt mal an mir echt, dass ich das anhöre. Und Mami, wie lang geht der Film? Ich glaube ich, weil es regnet draußen und man wusste nicht, was wir machen sollen. Okay, wir gucken jetzt gerade einen Film, wir gucken uns einen Disney-Film. Und Mami, halbe Stunde. Wie lang wird der Film? Noch eine halbe Stunde, glaube ich. Das poste ich jetzt. Gucken jetzt einen Film. Film. Nein, ich schreib den Namen vom Film. Schreib jetzt so. Gucken jetzt, warte. Wie ein Groß. Nein, ich hab gesagt einen Disney-Film. To always. I love. Sag mal eine Sache. Ich schau gar nicht. Er sagt so, er findet nebenherum. Nein, sie sagt... Frozen. Na? Ist Frozen mit Disney? Ja. Gucken jetzt, Frozen. Frozen. Hahaha. Oh, mir ist es kalt. Auch fein. Nicht so. Okay, ich muss das jetzt noch nach, müssen es auflösen. Manche checken das halt schon. Oh mein Gott. Aber durch die Aufnahme, glaube ich, ist es viel mehr. Ich sag es. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Danach lösen wir das. Wow. Okay, Leute. Wir beenden das Video jetzt hier mal. Oh mein Gott. 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 Auf jeden Fall ist das sehr, sehr lustig. Ja. Ich hab so viele Freunde geschrieben, wenn ich jetzt einen Freund hab. Ähm. Ja. Jetzt mal Shoutout of the day. Wartet. Ich grüße heute Diana. Sie hat geschrieben. Hi Mami. Du bist so toll. Ich liebe deine Videos. Natürlich finde ich riesig. Vor allem wenn ich mal grüßen würdest. Ganz liebe Grüße aus Österreich. Liebe Grüße nach Österreich. Ich will mal wieder schiefern gehen. Ich such dich. Kannst du schiefern? Kannst du schiefern? Ja. Ich kann keinen schiefern. Ich auch nicht. Ja. Ist das super wunderlich. Auf jeden Fall auch wieder süderlich gefallen. Lasst gerne den Ding da da runter. Und schreibt mir mal ein paar lustige Video Ideen rein machen. Die ich rein. Die ich mache kann mit Chayenne und Lucia. Genau. Ein paar coole Pranks. Ich würde alle mit dem Kuss mit Emoji kommentieren. Wenn ihr Chayenne nicht mehr davon haben wollt. Und kommentiert alle mit dem Kuss mit Emoji. Ähm. Ja. Kannst auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich muss unbedingt etwas machen, wo ich so euch pranke. Das tut mir ein bisschen leid. Aber ja. Ich habe euch wirklich gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss Leute. Tschüss. 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 從